es ist ja ein verbeidung geliebt hast du ihn eigentlich mit der armenbrust erledigt neben der schröpfänder bei den enden wird wieder mit achtung denkt dran jetzt können wieder von rechts kommen aus waren meine ersten kills heute abend oder echt ich glaube dass ich habe ich ja irgendwann werden die spinne gefunden man naja ist ja gut jetzt muss ich ja wieder level ich brauche über xp plus schnell eine axt zu holen ich renne mal schnell die hütten na was sagt man das ist ja gerne kann von dem von den kisten hier vorne kann man aufs dach springen ach so habe ich gerade ausprobiert guck wenn du hier oben drauf bist kannst du hier aufs dach springen cool und dann kannst du hier hochklettern und hier rüber springen oder man macht es wie ich klettert die leiter hoch aber gut der leiter hat natürlich immer den nachteil du hängst dran du kannst in dem moment nichts machen man das ekelhafte gespenst hat die mich da wieder verkliftet aber warte ich habe eine ausdauerspritze man hört doch mal auf die blöde kuh ich habe eine ausdauerspritze dabei wollte ich sagen wieso kann ich die jetzt nicht nehmen jetzt so nein draußen verbandskasten wo links 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 so jetzt habe ich ausdauer ausdauer ist schon weg oder die minute ist er nicht schon rum oder kann es denn möglich sein aua hilfe haben wir noch einmal medikit gesehen nee aber die ist ja eh gleich tot ohne kasse sehr schön wo ist er hier ist die kasse hier hinten pass auf da ist das loch da habe ich den stolper verlegen gemacht okay gut gut ich glaube da hinten ja da streichen sich zwei an okay die gerade schon das fenster aufgemacht ich habe es gesehen da einer hat ein hit ich hatte so von links rum zu kommen also von der seite also von der seite auf da habe ich auch noch eine stoffe verlegen wir hinten denkt man ja ach so eine zwischentür okay wir kamen was angeflogen die am karten plant abgeknallt da draußen die sind immer noch da auf der seite okay ich komme nicht raus weil überall stolper fallen sind kannst du ja kurz entschärfen könnte ich machen aber ich versuche mal hier durch eine lücke zu gucken ob ich sie sehr immer noch da auf der seite ich glaube die sind schon näher gekommen glaube die sind jetzt hier die haben was entschärft ja die bärenfalle da unten durchs wasser rennt einer ich wirf den mal eine halfbomb raus ich habe eine ordentliche treffer verpasst oder ich weiß es nicht okay jedenfalls ist er tot der andere läuft da unten rum oder hat eine bombe ausgelöst ja das könnte ich ja mal rausgucken ja ich ziehe seinen partner mal an ja ja ach der ist von unten hoch der kam die treppe hochgerannt ich habe nochmal eine eine falle platziert ach der ist da auf der rechten seite ich weiß es nicht ich habe gerade auf ein fass geschossen ach du warst es ja gedacht der wäre das gewesen dieses blöde wasser hier so bist du das ja gerade gedacht er wird es lieber hier der muss doch ich habe nur schaub aber hat eine spektro Da hinten ballern auch Fächerung. Er hat eine Spectre. Den anderen muss ich auch noch looten. Den anderen kannst du nicht mehr. Ich weiß. Aber mit der kann ich nicht fächern. Achso, du hast fächern. Was für eine Waffe hast du? Die Schei gedämpft. Und als Gewehr habe ich dieses Springfield. Die ist nicht schlecht. Es steht ja die Falle noch. Hier steht noch eine. Ah, okay. Hier liegt die arme Seele in Not. Was hat er überhaupt gehabt? Eine Windfield. Oh, jetzt schießen sie bei Patrika. Wollen wir erst rüber und sie umbringen und dann unsere Trophäen holen? Oder hier warten auf die. Ich warte eigentlich immer nicht so gern. Ja, aber jetzt irgendwie rausrennen. War ja nicht noch eine Bärenfalle irgendwo? Ja, die habe ich wieder aufgestellt. Wo denn? Da wo du bist. Achso. Hey, guck mal. Da schleicht da einer oder ist das ein Grunt? Oder eine Hive? Ich sehe nichts. Ich sehe nur ein Gebüsch. Ich sehe da nichts. Ich glaube, hockt da einer. Alter, siehst du Geister? Oder ist das ein Baumstumpf? Ich sehe... Das erkennt man so schwer. Ja. Ich sehe weder einen Schleichen noch einen als Baumstumpf verkleideten Menschen irgendwo. Oh, da ist einer gewesen. Bei dem Spalt von der Mauer. Okay. Da ist auch ein Versorgungswagen. Da kann ich optimal hin gucken. Ja, da sind sie jetzt gleich. Ja, ich sehe sie. Am Versorgungswagen sind sie. Einer hat einen Hit. Sehr schön. Aber die versorgen sich dort das... Ja, der eine versteckt sich bei dem linken Wagen. Mhm. Oh, der rennt nach da hinten. Beide. Mann, was rutsche ich denn hier mal rum? Die versuchen jetzt von der anderen Seite zu kommen. Mist. Oh. Oh, ich bin rumgefallen. Ich bin rumgefallen. Oh Mann, in dem ganzen Kruenzoll. Die sind wieder am Versorgungswagen. Echt? Mhm. Die sind natürlich idealen Standort. Immer Munition, alles da. Oh, einer ist nach links gerannt. Ja. Die haben bestimmt bloß noch schnell Munition geholt. Ja. Die haben zwar noch scheiß Bugs, war bestimmt schon leer geschossen schön. Sind sie da hinten im Wald? Sind sie dort? Ja, die versuchen jetzt von hier zu kommen. Na, ich bin wieder drin. Okay. Oh, hier kam mir Schuss an, Alter. Oh, hier kam mir Schuss an, Alter. Ach so. Scheiße. Du hast hier überall fallen, Alter. Ja, klar. Damit die kommen. Mist. Lebensbalken verworfen. Oh, der ist da. Der ist da hinten im Wald. Mist. Mist. Scheiße. 125 HP. Ich hab doch lieber hier. Einer hat einen Hit. Sind die jetzt hier links, oder was? Ja. Da. Oh, der andere ist schon da. Okay. Oh, der andere ist jetzt da. Da sind sie beide. Einer ist da im Wasser. Der hat einen Hit. Der im Wasser. Der ist da. Ey, Mann, den hab ich doch auch einen Hit gegeben. Ja, den hab ich doch einen Hit gegeben gerade. Ich auch. Wieso ist er nicht tot? Der hat eine volle Breitseite gekriegt. Nachdem du ihm einen Hit gegeben hast. Gibt's doch gar nicht. Der hat eine volle Breitseite gekriegt. Der andere ist wieder da hinten. Komm langsam näher. Durchs Wasser. Komm immer näher. Ehrlich? Ja, die sind schon bei mir. Hä? Kann doch gar nicht sein. Natürlich. Auf dem Dach? Ne, da ist ein Grund. Die sind aber ziemlich weit hier vorne. Oder war das ein Zombie? Die haben Raben aufgeschreckt. Ne, die sind echt ziemlich nah. Okay. Der eine ist da im Haus, glaube ich, drin. Ja, ja. Hab nicht. Bin aber auch was tot. Also da im Haus. Der andere ist da hinten am Baum. Mann, bleib doch mal stehen. Komm doch mal näher. Einen hab ich. Sehr schön. Der andere ist da auch in der Nähe. Hm? Wo hast du ihn gekillt? Hinter am Haus. Ah fuck, da ist auch sein Partner. Naja, aber ich seh's ja. Kannst du auf die Leiche gucken? Eigentlich schon. Gut, dann guck mal. Läufst du durchs Wasser? Ja. Schau mal, ob ich den anderen zu Gesicht bekomme. Siehst du die gleiche, ne? Ne, jetzt. Ich bin ja. Theoretisch, ja. Ah, wo ist der? Markier mal, wo ist denn die gleiche? Nur direkt hier unten am Haus. Wo sie im Wasser liegen irgendwie. Siehst du? Ja, hier liegt's am Wasser. Ich hab die Waffe gesehen. Ne. Ich hol mir mal das Bounty und dann guck ich mal. Dann sehen wir, wo der Typ sich versteckt. Ja. Ah, der steht gerade durchs Wasser. Der ist da. 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 Sehr schön. Oh, der hat ein Label dabei. Echt? Ja. Kann ich den nehmen? Ja. Der antragende Sparks. Du spielst da lieber Sparks. Ja, ich hab ja auch nur Sparks gehabt. Oh, der hat ein Dolch. Geil. Da nehme ich die Dolch mit. Wo ist der Typ? Oh, der hat ein... Was? Oh, der hat ein Dolch. Geil. Da nehme ich die Dolch mit. Wo ist der Typ? Ah, hier Spezialmunitionen oder was? Hier. Achso, du hast ja jetzt. Oh ja. Ich brauche ja Spezialmunitionen mit dem Ding. Da können wir ja Richtung Ausgang gehen. Ja. Die Schall gedämpft ist eigentlich auch nicht schlecht. Und mit Fächern hat es schon Spaß gemacht. Muss man sagen. So, warte. Muss ich mir meine Bounty noch abholen? Ich hab die Tür aufgemacht. Ach, sehr gut. Der Mann denkt mit. Ja. Ja. Ich glaube, jetzt können wir halbwegs beruhig... Oh, scheiße. Die Label ist ja komplett leer geschossen. Hast du noch irgendwo Munition gesehen? Ja. So, jetzt raus hier. Warte, wie lange war man jetzt? Oh, fast eine Stunde. Ja. Das wieder zurechtzuschneiden. Das wird wieder eine Kunst. Ja. Das war ja eigentlich durchweg ein guter, lustiger Rand, oder? Ja. Dann war die leer. Dann hab ich auf die, ähm, auf die Sparks gewechselt. Ja. Und hab gehofft, die ist jetzt nicht daneben. Oh, Mann. Oh, man. Oh, und erkannt Präzision hab ich. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Scheibe. Es war diese Menge hoch. Untertitelung des ZDF, 2020